Heute geht es um den ESC 2023, unser schlechtes und peinliches Abschneiden mal wieder und die Frage, sind wir einfach nur unfassbar unbeliebt in Europa oder sind die Songs einfach nur schlecht von uns ausgewählt worden? Denn man muss ja auch mal ein bisschen Kritik zulassen und fragen, Mensch, das kann doch nicht jedes Jahr der Sinn sein, dass man bei so einem Contest antritt und eigentlich als Nation, die es ja nun eigentlich auch schon hier und da geschafft hat, auch erfolgreicher abzuschneiden, doch in der Regel meistens letzter oder vorletzter wird, wie in den letzten Jahren und da gibt es natürlich einige Gründe für, aber auch einige Kontroversen rund um den Contest, die viele geärgert haben und die mich auch geärgert haben und wo man auch definitiv nochmal ein, zwei Sätze zu sagen sollte. Fangen wir aber beim Jury-System an, was ein User hier auch kritisiert hat, das hatte ich auch getweetet, um das auch mir abzuspeichern. Sorry, aber dieses Jury-System gibt nach wie vor überhaupt keinen Sinn, komplett witzlos, das hat sehr viele Likes bekommen und sehr viele Leute haben auch gesagt, ja, gehe ich mit. Ich muss halt wie gesagt sagen, ich fand den deutschen Song jetzt nicht schlecht, ich fand ihn jetzt aber auch nicht überragend, das ist jetzt nicht meine Musikrichtung, ich fand ihn okay, ich fand den Auftritt durchaus gelungen und ich hätte mir schon einen Platz zwischen Platz 10 und Platz 15 erhofft, irgendwie im Mittelfeld, dass wir dort nicht gewinnen, war mir aber auch klar, muss ich ganz offen sagen. Dennoch gab es, finde ich, schon schlechtere Songs als unseren, aber das war in den letzten Jahren auch schon häufig der Fall, von daher muss man ganz klar sagen, dieses Jury-System, was eigentlich eingeführt wurde vor einigen Jahren, um die ganze Sache dort fairer zu gestalten, ist immer noch so, dass sich meistens die Nachbarländer gegenseitig die Punkte zuschanzen und Deutschland einfach als reiches Land vielleicht auch einfach unbeliebt ist oder einfach auch Songs hinschickt, die zu radiolastig sind und nicht zum ESC passen, das muss man einfach auch so sagen. Auch United Kingdom und ja auch Frankreich kommt meistens nicht ganz so gut an, landen meistens auch im hinteren Drittel, weil es meistens dann so Songs sind, die eher fürs Radio passen und da müssen wir auch nochmal die weiteren Dinge durchgehen. Und es gab auch ein Ärgernis rund um die Flagge, die deutsche Flagge und da fragt man sich dann halt schon, warum sind wir als einziges Land nicht in der Lage dazu, mit der deutschen Flagge aufzutreten. Ja, da wird dann mit der LGBTQ Plus Flagge aufgetreten, was ich jetzt grundsätzlich nichts Schlimmes finde, wenn man auch Flagge zeigt, ja, ist ja auch ein queerfreundlicher Wettbewerb, was ich auch super finde, aber es ist schon sehr typisch und passt irgendwie in unseren Zeitgeist in Deutschland, dass es ausgerechnet unserer Landschaft nicht mit der deutschen Flagge aufzutreten. Und das war ja in den letzten Turnieren ja auch bei der Weltmeisterschaft ja schon ein großes Thema und mich nervt es einfach nur noch und da bin ich ganz ehrlich mit euch, das ist einfach mittlerweile too much und das geht auch den meisten Leuten, glaube ich so, ihr könnt das gerne auch mal unten unterstützen, ja, bevor wieder Leute sich dran angegriffen fühlen oder aufreiben, ja, an gewissen Worten. Ich habe nichts dagegen, wenn man die LGBTQ Plus Flagge zeigt und Flagge zeigt, für Minderheiten habe ich überhaupt kein Thema mit, aber bei so einem Wettbewerb, wo es auch darum geht, sein Land zu vertreten, dann nicht die Landesflagge zu zeigen und auch in die Halle zu laufen ohne Deutschlandflagge und generell irgendwie dort sich nicht klar zu positionieren, verstehe ich irgendwie nicht und ist so typisch deutsch einfach, ja. Sehe ich das richtig, dass Deutschland als einziges Land beim ESC, ja, aber eigentlich als einziges Land auf der Welt, muss man auch ganz klar unterstreichen, nicht imstande ist, bei einem Wettbewerb zwischen Ländern die eigene Nationalfahne zu zeigen, dass man stattdessen eine Transregenbogenflagge, auch ein schwieriges Wort, wählt, dass man am gleichen Abend nach erbärmlicher Leistung letzter wird und dass die Band, passenderweise Lord of the Lost, ja, ironischerweise heißt, dass es alles so hochgradig erbärmlich, dass man eigentlich darüber lachen muss und da kann man definitiv sagen, so ganz unrecht hat dieser Tweet hier nicht, muss ich auch sagen, mittlerweile kann ich auch immer besser verstehen, warum wir da auch letzter geworden sind, ja, muss man ganz offen sagen, wenn man hier auch die weiteren Fakten durchspricht und dazu passt dann auch der Post von der Userin hier, diese Wurken-Milch-Bubis haben den aktuellen Zustand unseres Landes mit ihrer unterirdischen Darbietung ganz hervorragend repräsentiert, wir sind komplett lost, völlig am Pum-Pum-Punkt in so vieler Hinsicht, der letzte Platz war daher die einzig logische Konsequenz, ja. Und ja, es ist irgendwie so der Zeitgeist in Deutschland, ja, dieses penetrante Gendern auch an den Universitäten mittlerweile, dass man da teilweise durchfliegt, ist ein No-Go, ja. In Frankreich ist das komplett verboten worden, ja, sollte man hier auch langsam sich überlegen, es führt zu einem absoluten Chaos und, ja, ist einfach nur noch Wahnsinn, wenn dann, dass Deutschland als einziges Land nicht mit der deutschen Flagge auftritt, ist irgendwie auch sehr, sehr komisch und passt irgendwie in den Zeitgeist momentan und reibt natürlich die ganzen Leute auch gegenseitig auf, ja, das muss man auch ganz offen sagen, denn es ist offensichtlich, dass Deutschland das einzige Land ist, wenn man hier das mal abspielt, was nicht die deutsche Flagge zeigt und dann fragt man sich, woran könnte es jetzt liegen, ja, also jedes Land tritt dort natürlich für sein Land auf und ist auch stolz, für sein Land aufzutreten, warum ist das in Deutschland jetzt nicht der Fall. Klar, es hat auch geschichtliche Gründe, warum wir hier und da natürlich immer noch auch demütig sein müssen, das ist auch absolut richtig, das möchte ich auch so sagen, ja. Ja, das dürfen wir nicht verschweigen, unsere Geschichte, aber ich finde schon, dass wir auch mit der deutschen Flagge dann da auftreten sollten und das ist auch in den letzten Jahren, wo wir es noch gemacht haben, unter Raab und Co. auch in Ordnung gewesen und da war das dann auch wesentlich erfolgreicher. Vielleicht wussten doch einige gar nicht, dass wir für Deutschland aufgetreten sind, jetzt mal ganz salopp gesagt, ja, weil wir dort als einziges Land nicht mit der deutschen Flagge auf die Bühne gelaufen sind und auch hier bei diesem BBC, ja, Werbung als einziges Land nicht mit der deutschen Flagge uns gezeigt haben. Und wir sind auf Platz 21 gestartet, deswegen dauert es jetzt eine Weile, ja, ihr seht, jedes Land ausnahmslos zeigt dort mit stolz seine Flagge, auch Länder im Übrigen, die nicht so weltoffen sind wie wir, ja, die nicht so LGBTQ plus freundlich sind wie Deutschland, zeigen auch ihre Flagge und das ist auch vollkommen in Ordnung. Möchte ich nur mal als kleinen Seitenhieb für die Leute, die unten schon wieder ihre Kommentare schreiben, mal hier erwähnen. Und hier habt ihr es gesehen, die Deutschen ohne die deutsche Flagge, ja. Und das ist natürlich so ein Ärgernis für viele gewesen, wo ich auch sagen kann, bin ich auch der Meinung, finde ich irgendwie komisch, finde ich daneben, zeigt irgendwie den Zeitgeist der letzten Monate und der letzten zwei, drei Jahre irgendwie so ein bisschen auf, ja, und das finde ich sehr, sehr schade. Und dann stellt man sich aber auch die Frage, liegt es jetzt nun wirklich daran, dass wir die letzten Jahre, ja, Platz 26, Platz 25, Platz 25, ja, 25, also wirklich eigentlich immer letzter geworden sind die letzten Jahre, bis auf Michael Schulte, liegt es jetzt wirklich daran, die letzten 20 Jahre, dass unsere Songs auch immer so super waren oder gepasst haben oder waren einfach die Songs auch einfach unfassbar schlecht und eher zu Nische, zu Radiolastig und Co. Und da muss man doch ganz offen sagen, na, wenn wir jetzt hier Stefan Raab mal ab 2000 durchgehen, wir waren immer gut mit blöden Songs oder mit authentischen Songs. Ja, wenn Michelle wirklich Schlager singt und eine Schlagersängerin ist, dann kam das auch ganz gut an, ja, sind dann aber irgendwelche affektierten Songs oder Radiosongs wie zum Beispiel, oder Nischen-Songs wie Roger Cicero oder die New Angels, die hierzulande erfolgreich sind, das passt dann meistens nicht, ja, oder irgendwelche Songs, die einfach ultra trashig waren, ja. Wir waren immer erfolgreich, wenn wir irgendwann auch geguckt haben, welche Songs waren denn erfolgreich beim ESC und das sind Songs, die im Ohr bleiben, aber die irgendwie auch so ein bisschen zum ESC passen. Lena mit Satellite hat da wirklich super gepasst oder auch einfach authentische Songs, die nicht eine Kopie vom Vorjahressieger waren, wie Cascade, die super erfolgreich sind weltweit, aber das war quasi ein Jahr nach Loreen, quasi Loreen 2.0, das funktioniert nicht. Oder irgendwelche Sachen, die nicht authentisch wirken, wie Ghost von Jamie Lee, wo man sagt, Mensch, das ist dann klar, dass man letzter wird oder hier generell die letzten Plätze. Also authentisch war Michael Schulte, das ist ein guter Sänger mit einem selbstgeschriebenen Song, der ans Herz ging, ist Platz 4 geworden, das hat doch funktioniert. Kam auch bei der Jury an und da waren wir politisch gesehen wahrscheinlich auch nicht sonderlich beliebt. Da waren wir gerade auch noch bei den Weltmeisterschaften, okay, 2018 nicht, aber ihr wisst, was ich meine, da waren wir relativ frisch Weltmeister und das war auch alles da, ja. Da war Deutschland auch nicht super beliebt und auch noch sehr reich und Co, ja. Alles noch vom großen C, da muss man doch auch ganz klar sagen, da hat es ja hier und da auch funktioniert. Aber wir waren auch zwischenzeitlich immer wieder, wenn es nicht Stefan Raab gemacht hat, sehr, sehr schlecht. Und da muss man sagen, Stefan Raab hat als einziger verstanden, mit seinen Songs immer in die Top Ten zu kommen. Auch mit Songs mit Roman Lob, wo ich sage, das ist jetzt nicht so ein toller Song gewesen, war halt auch eine Radionummer. Aber es hat zumindest funktioniert, weil er es gut verkauft hat, weil er uns sympathisch und mit einem sympathischen Interpreten dafür gesorgt hat, dass es Leute gab, die uns gewählt haben. Und Lord of the Ring war einfach, äh, Lord of the Ring, Lord of the Lost war einfach zu Nische, war vielleicht auch zu gewollt irgendwie. Wir sind jetzt hier Metal und wir machen jetzt hier mal Fallen mal auf. War vielleicht auch einfach dann auch, wenn es ein Metal-Song sein sollte, auch dann doch am Ende mit Blood and Glitter zu Radiolastig. Und da muss man halt wirklich dem NDR sagen, auch Jendrik, das war eine Frechheit, ja. Auch absolut verdient zu wenig Punkte. Malik, muss ich sagen, hat mir leid getan. Den hätte ich so ein paar Punkte mehr gegönnt. Natürlich war Lord of the Lost auch am Ende okay. Ich denke, die letzten Jahre waren schon sehr hart, aber man konnte hier und da auch mit Sisters, war schrecklich, auch teilweise verstehen, warum wir so schlecht abgeschnitten haben, ja. Und es hat hier und da funktioniert mit authentischen Songs und mit Songs, die auch wirklich zum ESC passen. Da muss man einfach nur die Siegersongs der letzten 20 Jahre mal durchgehen. Dann weiß man, was in etwa dort ankommt und funktionieren könnte. Wo man zumindest sagt, okay, das ist dann ein Platz 8 bis Platz 15 safe. Und vielleicht gefällt es vielleicht sogar so vielen Leuten, dass wir auch wieder in die Top 5 kommen. Haben wir ja hier und da auch geschafft. Michael Schulte ist ja Beweis oder Lena. Also in den letzten 12 Jahren, 13 Jahren waren wir ja zumindest ein, zwei, drei, vier Mal in den Top 10. Und das ist ja durchaus möglich. Und da waren wir auch schon ein sehr reiches Land und vielleicht auch nicht so sonderlich beliebt. Das soll es damit auch schon gewesen sein. Auf jeden Fall typisch Deutschland, typisch NDR, typisch irgendwie ESC. Viel Ärgernis, viel Tromborium und ich bin auf eure Meinung sehr gespannt. Wenn euch solche Talks hier gefallen, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und ansonsten sehen wir uns die nächsten Tage wieder. Bis dann und ciao, ciao.